Freunde, in dem letzten Part habe ich zufällig gestoppt, und zwar wenn ihr hier in diesem Riesending drin seid, in dem letzten Part, what the fuck, Alter, dann ist ja ein Secret, ja, Freunde, ihr könnt uns hier erstmal ein Herz, darauf werden jetzt ein paar Münzen, ja, das ist hier ganz normal, so. Wollt es halt nur einmal gesagt haben, für die, die das Spiel vielleicht nicht so gut kennen oder so, ist das mal ganz praktisch, das Ganze, die ganze Information. So, jetzt würde ich hier auch schon wieder einmal raus. Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir die Deutung. Stimmt, da müssen wir hier hin. Ich muss natürlich, ich habe hier nebenbei die ganzen Aufnahmen, auf mich, ihr kennt das, ja, ich will das Ganze, wie gesagt, jetzt drüben aufnehmen, wie gesagt, alles in der Griebeschreibung von ihm. Äh, ich will einfach nicht, wie immer, zu mit Leuten darauf eingehen, weil, machen wir halt jede Aufnahme, ich komme nicht jeder, siehe wieder nach, sozusagen, wenn man sich jetzt bereit. Genau. Und ja, ich würde sagen, da war doch was, oder? Nein, 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 das mache ich so. Ich gehe jetzt schon mal erst einfach hoch und drücken von da aus den Weg. Das geht. Das wird wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Einfach hier, diesen hier machen. So, ähm. Ähm. Das bedeutet, wir kommen wahrscheinlich in einen fixen, nicht? Ähm. Ne, da gehen wir, da haben wir gar nicht, das, da haben wir eigentlich gar nicht vor, hinzugehen. Aber wie kommt man da jetzt noch mal rein, das? Äh, da unten war ein kleiner Durchgang. Ja, genau, siehste, so. Ja. Hab ich komplett vergessen, Freunde, ich hab das Spiel zu wenig gespielt, die letzten Tage, die letzten Tage wahrscheinlich. Nein, die letzten, die letzten paar Wochen, paar, paar Monate. Natürlich spiele ich das zwischendurch noch mal, ne, aber... Und schon wieder Skull & Tag. Schon wieder Nisga, Nisga, Erik hat schon wieder Nisga gefunden. 3 von 50, musst du die die mal aufsammeln, oder? Nein. Die sind für'n Shop. Ah. Da kann man sich dann extra krasse Klamotten und sowas... Ja, natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mal das Spiel mit allen Mundebegebenständen beschleiten. Oder guckt einfach bei Zombie, äh, Zombie vorbei, der Alumone und sowas gemacht. Ja. Äh, so, ich würd sagen, wir machen hier direkt den Kamm, hier für die Lüse, weil wir sicher. Äh. Äh. Von einer, komm, so ein dummer Typ, hm? Ui. Ne, weißt du, dein Mut, so... Oh, Jawa. So macht man das, und dann guckt der sich so rum, und sagt, nein, ich hab verfehlt. Ich stehe da, Alter. Nein, ich hab noch mal verfehlt, das gibt's noch nicht. Kann man nicht angehen. Oh, jetzt hab ich nicht verfehlt. Au. Das sind halt zu heftige Schlitzer. Ach, der springt so dumm hinter mir, ja? Hat keine Angst, wenn der ganz normal wegläuft. Das hat nichts damit zu tun, ob ihr im Kreis läuft oder so. Der kriegt euch so oder so nicht, ja? Oh, fuck, der, wie viel ist der Kreise? Boing. So, ganz einfach, ja? Das ist ziemlich einfach, wirklich. Passagen hier in dem Game, die dauern noch nicht so lange jetzt. Also, das geht. Das geht relativ gut. Also, ich bin mal gespannt, wie viel Videomaterial wir am Ende haben. Genau. Schreibt, äh, wir senden euch jetzt hier eigentlich ein, wie viel Videomaterial das insgesamt ist. Hm. Äh. Freunde. Äh. Ich würd mal sagen, mit diesem Power-Mod, mit diesem multi, multi, multi geilem aussehenden Mond, aber wenn das nicht schön aussieht, dann weiß ich auch nicht, ja, dann damit beenden wir diese Folge auch schon mit diesem weiteren Part und damit haben wir das Seda durchgespielt. Bis zum nächsten Part. Ciao.